So, wir werden es schon irgendwie schaffen. LOL! Hi Leute, willkommen zurück zu Happy Wheels Part. Keine Ahnung. Wir werden mal wieder gucken, ob für mich ein Level erstellt worden ist. Wie wir das immer machen. Unser Happy Wheels Ritual of Doom. Da ich das erste, was ich mache, weil ich morgen aufstehe, ich gucke, ob mir Levels gemacht worden sind. Nee, Scherze. Ja, wir haben sogar neue Levels. Ich weiß jetzt gar nicht. Das hat mir schon, ne? Oder? Hatten wir das schon? Ich bin mir gar nicht sicher. Wir gucken einfach mal nach, ob wir das schon hatten. Na? Ah, das hatten wir schon. Doch. Das hatten wir aber noch nicht. Danke für dein Level erst mal. Von The One Shot Head. Zock mal das einfach mal. Nee, das hatten wir auch schon. Hatten wir das schon? Nö, das hatten wir noch nicht. Hallo, Simi. Habe dir mal noch ein Level gemacht. Hoffentlich gefällt es dir immer. Deine Familie killen und dich auch. YouTube-Kanal von mir. The One Shot Head. Hui. Warum sieht meine Oma aus wie, äh, Timmy? Oh nein. Opi. Warum hast du Selbstmord gemacht und nicht getötet? Und warum mache ich Selbstmord und töte mich? Ich verstehe mich manchmal echt überhaupt nicht. Oh. Voll in den Penis. Jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, das fahrt weh. Oh. Armes Omi. Jetzt aber los. Komm nochmal. Nach hinten. Simis Ex-Lehrerin. Ich wollte gerade Ex-Lover sagen. Ich hatte, äh, eigentlich einen Lehrer. Als Klassenlehrer. Ich weiß jetzt nicht, welche Ex-Lehrerin du damit meintest. Vielleicht sollte ich mal, äh, meine Schwester treffen. Ja, genau. Also, die Kräfte, äh, die Schwester hat so, äh, mystische Fähigkeiten, dass sie nichts machen muss und tötet mich ganz einfach so. Also. Ne? Nein! Oh. 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 Fuck, Mann. Oh. Ich habe ihn trotzdem getötet, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht getroffen habe. Oh. Stirb Santa Claus. Oma. Falscher. Falsche Person. Ich wollte Omi treffen. Schieben wir dir erstmal ein Schwert, äh, in die, ne? Oh. Gar nicht übertrieben viele Schwerter. So viele wollte ich mir jetzt auch nicht nehmen, aber okay. Oh, Mann. Wieso töte ich mich immer selber? Das Level ist auf jeden Fall, ja, doch. Cool. So. Habe für dich ein drittes Level gemacht. Okay. Okay, das spielen wir auch noch. Hallo Simi, das ist jetzt für dich mein drittes Level. Ich hoffe, du hast viel Spaß und den, viel Spaß und den Checkpoints nur im Notfall benutzen. Und wie immer meinen YouTube-Kanal besuch erstmal. Ich war da sogar schon mal drauf. Ist das cool oder ist das cool? Level 1 Jetwall. Also, das schaffe ich ja mit Leichtigkeit. Oh, God. Oder nicht, oder? Das Jet-Dingens reißt mich einfach mal mit und, äh, ja. Boah, heftig. Alter! Der hat voll meinen Kopf mitgenommen. Einfach durchbrettern. Nein. Leute, wir brettern jetzt einfach durch. Das werden wir schon schaffen. Los! Gott sei Dank habe ich nur meine Arme verloren. Gott sei Dank. Nein! Wir haben es geschafft. Es ist aber ganz schön laut hier. Alter, WTF, WTF. WTF! Was ist da gerade in die Luft geflogen? Und wo ist Timmy? Ach, du Kacke. Ey, das Level geht aber ab, mein Freund. Vorsichtig. Alter, nein. Nein! Nein! Der Autositz. Und das war gerade irgendein Körperteil von Timmy. Wir leben noch. Wir leben noch. Ob wir das schaffen werden, ich bin mir nicht sicher. Weil auf hart sind ganz schön viele große Sachen. Wo wir aufpassen müssen. Ah! Alter! Die Dinger einfach an der Wand explodieren. Ah! Ah! Alter, haben wir ein Glück. Wir sind voll in Lacka. Ach, scheiße, Mann! Ey, du bist ja noch verarscht. Wie soll ich denn das packen? Ah! Ach, du Kacke! Nicht geschafft. Das ist ja sehr schade. Gut, dann schwimmen wir jetzt einfach mal. Ja. Ein paar andere Levels, die nicht für mich gemacht worden sind. Super Rope Swing. Enjoy! Okay. Ich hoffe mal, das ist wirklich so toll, wie es sich anhört. Ah! Ah! Ich bin Tatsen! Ah! Epe! Nein, mein Arm! Nein, mein Kopf! Oh! Ey, das ist aber... Das ist cool, das Rope Swing. Das macht richtig Fun. Wee! Juhu! Äh! Ah, nein! Nein, nein, mein Arm! Ah! Toll! Ey, mein Arm ist gerade voll abgerissen. Juhu! Action! Nach hinten fallen lassen. Einmal nach da. Nein, schon wieder nicht geschafft! Oh, Mann! Ich will das schaffen, Leute. Ja, toll! Ich schaffe noch nicht mal das erste Hindernis. Alles klar. Oh! Nein! Nein! Nein, ich will doch nicht. Uff, volles Trampolin. Nein! Ja! Nein, ich schaffe es schon wieder nicht! Ist das denn wahr? Das ist doch voll der Rotz. So, jetzt nochmal versuchen. Komm, zack, jetzt schaffe ich es aber. Bäm! Ich schaffe das. Ich schaffe das. LOL! Nein! Nein! Hahaha! Hahaha! Ich hänge hier so mal ein bisschen rum, ne? Gä? So, jetzt schleudere ich mich einfach mal nach unten. Whee! Whee! Schön reindrücken! Es tut gut! So, nochmal. Ich will das schaffen. Ey, das gammelt doch. Zack! Whee! Whee! Ich schwinge mich einfach mal. Ich schwinge mich einfach mal. Vielleicht schaffe ich es ja dann. Ja? Komm, Anschwung! Anschwung! Jetzt schleudern! Oh, du willst mich doch verarschen! Zwei Versuche machen wir noch. Oh! Mein Kopf wurde abgetrennt. Das ist abgetrennt worden. Los! Das schaffst du! Simi, das schaffst du! Ich glaub an dich! Nein! Das war doch gerade so eine gute Vorlage! Jetzt aber, komm! Komm! Anschwung! Und rein da! Hüah! Ah! Mein Penis! Anderes Level. Was spielen wir? Wir spielen... Ähm... Two Swords... Five People. Und danach spielen wir Timmy Time. Ich muss alle Leute mit zwei Schwertern töten. Das kann ja ziemlich spaßig werden. Ich bekomme da nicht immer meine Hand raus. Ich kann die auch noch nicht mehr töten. Komm bitte. Ja, ich hab's geschafft. So. Wir werden es schon irgendwie schaffen. LOL! Was war das denn? Jetzt töten wir das kleine Kind. Stirb! Nein! Schade. Nochmal. Warum steckt seine Hand immer in dem Kasten drin? Ich muss sie jetzt erstmal hier rausfummeln. Ohohohoho. So eine blöde Hand. So, einen Versuch machen wir noch. Vielleicht schaffen wir das ja. Hiya! Loll. Ich hab fast gar nichts gemacht. Aber okay. Guck mal, ich lass mich hier so hängen mit meinem Arm. Au! Da kommt wer... Da spielt wer was in Steam. Ich hätte Steam vielleicht mal ausschalten sollen. Egal. Nächstes Level. Wir spielen Timmy Time. Press Z, then inject Z. C, und dann Z. Geil. Ich bin Timmy. I'm Timmy! Und ich bin cool! Papi, wo bist du? Ich will mit dir spielen! Alter, Kacke! Ho, das ist ja lustig. Oh, aua, aua. Rope Swing. In Timmy-Version. Wie episch ist das denn? Das ist ja cool. Das ist... Das ist cool. Fest... Och, komm! Das haben sie auf jeden Fall cool gemacht. Muss ich sagen, also. Respekt! So, jetzt quetsche ich mich einfach mal... WTF! Ich wollte sagen, jetzt quetsche ich mich einfach mal durch, ja, und, äh... Ja. Lass mich einfach mal, äh, sterben. Ich hab gar keine Hand mehr, oder? Ist das schlimm? Ja! Ich kann mich nicht mehr festhalten. Noch ein Versuch. Hui! Ich bin eine Schlange, ich kann mich überall durchschlingeln. Nein! Oh, oh. Nein! Lol. Wieso steckte der... Der... Das böse Ding in meinem Hintern? So. Ich würd' sagen, einen Versuch machen wir noch. Oder wir können ja noch mal ein paar mehrere machen. Ich find das Level cool, und... Deswegen können wir das auch ein paar mehr mal spielen. Das möchte ich aber gerne mal hier durch. Sauber. Juhu! Ach komm, jetzt steck ich dich schon wieder fest, oder was? Ich hab schon wieder keine Arme mehr. Kann ich schon wieder vergessen. Nein! Falscher Charakter. Charakter. Ich hab schon wieder keine Arme mehr. Willst du mich eigentlich am Arm nehmen? Ich hab schon wieder... Das ist nicht lustig! Timmy verliert immer seine Arme. So schnell. Der hat ja voll die Glasarme, Mann. Oh, oh. Ach komm. Das ist nicht lustig. Angry Birds. Ach komm, hört mal auf, Spiele zu spielen, Leute. Das ist nicht lustig. Geht weg. So, jetzt. Angry Birds. Oh, mein Fuß! Oh, mein Fuß! Okay, wir haben's geschafft. Cooles Level. Ähm, one Harpoon. Okay. Eine Harpoon in one. Au! Aber die Harpoon hat... 100 Harpoon oder so in sich. Aber... Ich denk mal, wir schaffen's. Aber das ist schon relativ schwer, ne? Ich schmeiß Timmy vor. Toll! Wir schmeißen das Kind einfach nochmal vor. Nimm es! Wir haben's, wir haben's geschafft. Wir haben's, wir haben's geschafft. Ja, wir haben's geschafft. Ich bin voller dreckiger Cheater. Ah, 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 ah. Das kann jetzt nochmal onen gehen. So, tschüss Timmy. Tö, 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 tö. Mann, bin ich gut. Oh, immer dieses... Kennt ihr das? Ich denk mal, das nervt euch auch sowas von. Wenn alles... Ja, aktualisieren sie das. Aktualisieren sie den Scheiß. Und das Programm funktioniert nicht mehr. Und... Oh, das nervt einen so. Jetzt machen wir mal Tele... Telewischen ran. Okay, das ist ein Run, äh, wo wir ganz schnell sind. Alles klar. Oh, oh, oh. Ne. Ach so. Fernseher-Run. Ha, wie episch ist das? Ich kann trotzdem weiterfahren. Machen wir nochmal. Das sah ziemlich cool aus. Juhu! Uh! Wir schaffen's! Yeah! Wir haben's geschafft. Ein Level machen wir noch. Ich würde sagen, wir machen... Meat Crusher 2000. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Oh! Okay. Das war's oder was? Das ist irgendwie komisch. Egal. Ich verabschiede dir mich. Ich hoffe, es hat euch so weit wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.